Das, was Kinder lernen, soll sie beflügeln, zu verstehenden Menschen zu werden. Zu Menschen, die ihren Platz in der Gesellschaft finden, die glücklich sind und tolerant miteinander leben. Aber jedes Kind lernt anders, weil jeder Mensch anders ist. Jedes Kind hat ganz besondere individuelle Begabungen. Mit der Wahl der Schule, die diese wertvollen Fähigkeiten am besten fördern kann, stellen Sie die Weichen für die individuelle Entwicklung Ihres Kindes. In Berlin gibt es mehr als 100 Grund- und Oberschulen in freier Trägerschaft mit unterschiedlichsten Schulprofilen. Eines davon passt bestimmt zu Ihrem Kind. Sie haben die Wahl. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie rauschen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Mit Pulver und Blei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, wie nächtliche Schatten. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie rauschen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger. Sie schießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will. Ich denke, was ich will und was mich beglückt. Doch alles in der Stelle und wie es sich schickt. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will.